Das ist doch scheiß Unter. Immer am Labern und Labern und aah. Ja. Ach ja. Wer ist Einwohner hat hier unterhause? Oh Alex, halt die Presse, ganz ehrlich. Aber dann die Argumente verliert doch immer nur Freilicht. Ja, wenn wir voll beleidigen. Du weißt nicht, was es damit zu tun hat, zu fragen. Wie viel Einwohner, wie hat er aber irgendeine? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass 1000 so gut ausgebaut ist wie Frankfurt am Main. Alter, das geht nicht. Und weil Alex auch in Frankfurt am Main wohnt, gell? Alter, ich wohne da. Alter. Ach, geht's schon los, oder? Ja, ich bin schon lange schon da. Ja, Alex. Ja, ich hab immer noch ein Team neben dem Team. Ich hab schon vergessen. Ich hab'n Schling. Ich hab'n 26er Pin. Ich hab'n 29er Pin. Ich hab'n 29er Pin. Ik hab'n 29er Pin. Also ich hab'n 16er Pin. Wir haben natürlich auch die Idee der Linus Frankfort am Main wohnt. Ah, Alex. Das war ein Vergleichsweise. Okay, ne, weil der weiß alles. Zu behindert man das war eine Vergleichsweise Runde aus in Frankfurt am Main. Ja, vielleicht wieder ein Vergleich. Ah, jetzt lass ihn doch nicht so aufregen. Nur weil bei ihm noch die Küche in die Päckchen tragen. Bei dir vielleicht. Oben. Zum Glück weiß niemand wo ich wohne. Oh, scheiße, das ist schon die Pumpe. Friss das. Hier bleibt gar nichts. Freunde, wir haben hier keine Kühe. Also das ist... Alter Schwede, da schießt du und schießt du. Nein, ich wurde gemessen. Ja, ich geh da raus, das geht gar nicht so. Nein. Nein. Alter, das ist so ein dummes Spiel. Mann, ich muss das nicht nur jetzt bauen, aber... Eine. Mann, ich muss das nicht machen. Die, ich muss das nicht machen. Bei dem Spiel zu spielen. Da will er mich messen, der Icon. Oh shit, die haben nicht bekommen können. Ah, fuck. Ich hab hiermit gemessert. Aber er hat mich gleich wieder getötet. Das war kacke. Und nochmal einen Gemassort. Jetzt läuft. Ich hab einen Butterclock. Ist klar. Einer, bei mir sind die kleine Kinder. Ja, der Sunrise ist da oben. Drenzler, warum schießt ihr hier? Ah ja, klar. What? Wenn ihr fertig seid, könnt ihr da nochmal einen Vyden. Ich glaub, ich hab mein Problem gefunden. Nice shot. Den Porno-Download auch. Ich wollt grad sagen. Wenn sie Spotify... Was ist los? Spotify hat Update gezogen. Ja. Alter, komm. Zumindest im Teamspeak waren wir bei 22. Das zieht so viel, oder? Da hat er mal kurz 500 MB auf Full. Da kommt er dahinter und fließt. Okay. Es fehlt nicht direkt. Na ja, gar nicht gut. Oh, wie viel kommt denn noch? Alter. Ja, genau. Durch, das bin ich. Oh fuck. Hätte ich fast gemessert. Alter, das ist doch immer mal. What the fuck? Von wo? Hey, Rantler. Was geht jetzt hier eigentlich grad? Was? Ey, ich freu mich halt schon manchmal. Wieso können manche Leute einfach... Die Maustach sich drückt halt und treffen halt trotzdem mit ihnen nach unten. Ja. What? Ah, ja natürlich. Ah, das gibt's doch nicht. Alter, ich hätte sie gemessen und der Spacko hatte gekillt. Ah. Ah, ja. Quatsch. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht so. Bam. Ah. Nein. Ah. Ah, ah. 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 Der Moser hat auch die Schalde nach der Spiegel. Der Tier ist aufpassen jetzt. Scheiße, du Bissler. Ja, ich hatte auch ein Messer, was soll ich machen? Ja, schneller Messern. Ja, hab ich ja. Wegrennen. Oder ich lad euch ein. Lad mal ein. Warte. Wer sitzt diesmal? Ich bin immer noch nicht eingeladen.